Hallo, tschüss. Hallo, tschüss. Hallo, tschüss. Das ist so schön. Wir haben das blieb. Aber wie der Töp ist, ist es auch das Wärmste. Die Päscher kann man nur noch einmal unter den Wärmsten. Man kann auch gleich Wärmste im Wohir «Kui plovo?» «Ni fauch cepit ošt videl burtel Lorenc Zaccarías Bernardi »Velezinum. Alvirmka fac tem a brutus dels Babulins. Mo, mir es ets. «Ciaro?» «Nah!» «Prutifix, tovitis, merdum da fraes!» «Ce advenia di mindam cuntradil!» «Ide s fit simpel, ragazzo mio!» «O, paince di filas e quae tali, o ce ad fec una visita da verm!» «Ce es quae una visita da verm!» «Quae es una visita fic disagreabla, Craiam!» «Ad desa mostrar coci va una visita da verm?» «Nah, eh, eh, graite!» «Stopp ciere, chasi da Pavel es jure, ci totcem cerchen.» «Puh!» «Bugradin flott wirm!» «No, ciere!» «Ma, si ti vol se vettje, ca brutus requinte a la familie Babulin!» «Lovas in rtr.ch slash ufans!» «Lau anfles om biade pli episodes dels Babulins mue autres histories.» «Klar als viarms, letzam bodi spet del meirnum!» «Biars qui tenen els grusics, a cipre en Chambuien im viarem ente meln!» «Bah, als pipaux!» «Ma sensi que sense els viarms cresces quasi nu a den curtim!» «Pier ures demiura al melec, de que animalet que viva sot la terra.» «Propi bialz haini bo als viarms, ja ells ha nyan genega in en dreta faccia. Ells ha nyanzeils, boi nas, adepa urejas. «Moe quai droven i anyan, preciezot la terra, a esiget totina schir!» «Ascèditsch que els viarms s'encavallau l'urrosnes a tunels, a éni hepi!» «Lur tunels a nesser tocan 20 m l'uns a 4 m profons!» «A fan tutina nu a tampaia!» «Il contrari!» «Lurrosnes gidin la terra de saber prendre si agua que plova!» «La pluvia flacetia a tunels a resta lau!» «Achè, sovenien flores a plantines e agua que plova bo!» «Al plibujen, mai enviarms feia ni altres restes de la vegetació!» «Quoi, tilanels l'usot la tiara, a com que el bich marxiu mai n'hi quai!» «E ci que maia, s'ha naturalment e fa cac!» «Al cac dels viarms s'ha bunament fa miracles!» «Il cac dels viarms a in nomnada bein nova tiara fritzaivla!» «S'hi nomnau hummus!» «Il nutriment per paschi plantines a beada pli!» «Sens els viarms, caixés paia nu a t'a xibain!» «Ade, sinc veza boels, dati enorm biaz!» «Antoi fer 1 m, 1 m, pa 1 m quadrat, s'han tocan 250 m viarms viva!» «Ils viarms han d'un ton bo molt simpel!» «Ils inundai cu'n'aua!» «Goshteni abia animals!» «Per exemple, at eritsuns ni uccials!» «Ils viarms han paia bols pibialz!» «Danton louvruus, at feciem portons di donterzot la tiara!» «Aferencins animals!» «Bontat de maià!» «Ok!» «Quoi animalet fa una grande lavour per plantes, plantines, al fin finale per toi o per moi!» «Hm!» «Danton, cos'ha un animalet, esci l'homme, l'eve che va rosnes o la tiara, esci dira!» «Al pare de bogat deve musculunes!» «Ma quoi hoi, al mastertrick del viarms!» «Els viarms han en pleni, nishvidar quals parts del chirp cunhaua!» «En pleneshan els de quals parts, vén els quets entoan els pigrons, adaltrach a xoia a xoia a xoia a xoia a xoia a xoia!» «A xoia fòlan els vòia!» «Vinavon, rampartan viarms mucenies uientir chirp, calai rushna els meir atras les rosnes!» «Mò, ko vénim virmlu vinavon, xoia a xoia leijets!» «Spèlla mucenia, an viarms a un pintes cècles, cal schmac en el trats a vénien a xoia a vén avon!» «Ils supertrick dels viarms!» «A quals tir nous, s'han véni d'entre vén tocken avonte centímetres l'ungs, a del san... cun kors!» «A viarms sind per biars e important per i e pesca!» «A letza en xevedia xoan glòiti, i en xe dize en prèmdemat, vaipus pa i lìber!» «A botte ima, a quakeu i norte, burte l'urence, zaccaries, bernardi!» «Na, quakeu i mo, in de... mia, in dulcernim!» «Mò, cei oi, el pii importon de uafen, schins les i e pesca!» «Exact! Le lonche!» «A i us ven visita o su roi ni nom, ca fa soies agnes lonches!» «Tot speziales de bambus, a per ell o un lonches, beada pli, ca m oi uafen, de pe a pesca!» «Soies lonches creesche clau, cum coi spezial bambus o de la quina!» «Cue bambus oi, oi osa la basis, pervenita in la lonche, fin finale, ca luz de questosca, cuakeu i toque, prenda meun, a pisau i un pez, cu l'accion, cu pezbe in luvit lundar!» «Ina lavur, ca cacet toque in cuoranta chun ures, poi a circa si dicis, sco duos iamna scola. A di liem prempas oi, te partel que bambus oi pinche toque, ca un pli. «Cue esplenao, des triangles, se tue des piezas, sisse tocke, da ue vint i un poivit lundaro, al tetrodovoss 2 im poivit lundaro, chacet velisma con i bambus oi, sinc e il poivit, si lo impedir e un poivit» «Prensomes de fa, tot que el spaz de lavur, a elchber gidi a setz lesbiare maschines necazarias, per tim trae il lanches, a una lavur faet exaka, exaccte toviva pe a paciencia». Im Pril begann sechs Launches auf die Plätze von Sisonz. Ich war ein Thema. Ich war in den Kodisch-Koen, in den Peschen. Wir haben auch einen neuen Kurs zu machen. Ich war in Flouin. Wir haben zwei Zonen in den Fachkurs. Wir begannen im Leveratorium. Dort begannen wir 34 Launches. Die Launches ist ein anderes Material. Das ist ein spezielles Material. Das ist gut. Wir haben eine neue Plätze von Sisonz. Die Plätze von Sisonz. Die Plätze von Sisonz. Das ist ein bisschen Stress. Das ist leicht, als wir in der Plätze von Sisonz. Die Launches der Plätze von Sisonz. Das ist ein bisschen Stress. Das ist wichtig. Das ist ein bisschen zu viel Erfolg. Das ist ein bisschen zu viel Erfolg. dass Clau das Wohlführende das Wohlführende das Wohlführende das Wohlführende für Dänese. Das bedeutet, die langweiligend, die Korte, die die Fache, die die Fache, die die Fache. Ich kann es auch nicht mehr so ausgehen. Aber wir wollen uns auch die Prede. Wenn wir mit den Mäuschen und die Differenzieren, dann können wir die Larven oder die Prede aufgehen, dann können wir in den Mäuschen, den Fäcken oder den Filz aufnehmen. Es gibt die Technik, die mit den Muscheln imitieren, die lebt und andere Insekten, auch die Pest mordt in Vieden. Es gibt die Technik mit den Muscheln in den anderen. Die Stahl der Brede, nicht in 1 cm von der Luft, sondern die Kroch, die die Insekten in der Luft sind. Die Schuhe ist die Lunge besser mit der Masse. Die Harmonie ist die Lunge, die Beter und die Muscheln, die Pest mordt in der Luft, die Pest mordt, die Pest mordt. Es ist faszinant. Wenn man immer die Autopliefer macht, es gibt die Pest mordt. Peschen mit den Muscheln sind die Masse und die Pest mordt. Es gibt die Pest-eine, die Pest mordt, die Pest mordt. Es gibt die Pest mordt. Die Pest mordt, die Pest mordt, und die Pest mordt. Die Pest mordt, die Pest mordt. und die Pest mordt. 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 Die Pest mordt.